Hallo und herzlich willkommen wieder mal zu einem neuen Video von uns. Heute gibt es das Unboxing zu dem iPad Air. Viel Spaß damit! Ich habe jetzt hier ein silbernes iPad Air und hier das rote Smartcover. Dazu komme ich gleich nochmal. Fangen wir als erstes mal mit dem Unboxing an. Hier haben wir schon die Verpackung. Hier haben wir das weiße iPad Air abgebildet. Hier steht nochmal iPad Air. Hier haben wir den Apfel, iPad Air und das gleiche nochmal hier hinten. Hier haben wir jetzt nochmal ein paar Informationen, welche Größe wir haben. In meinem Fall 32 GB. Da mache ich das Ganze einfach mal kurz auf. Da ist nochmal so eine Schutzfolie drauf. Kann man ganz einfach aufschneiden. Und es dann auch entfernen. Dann hebe ich das Ganze jetzt einfach mal an, dann sollte das auch schon rauskommen. Ein bisschen schütteln. So, da haben wir es schon. Da ist jetzt nichts mehr drin. Dann haben wir als allererstes hier das iPad. Das kann ich an diesem kleinen Tab hier entnehmen. Ich merke schon mal, das ist sehr leicht geworden. Dann haben wir jetzt hier das Netzteil. Das lädt etwas schneller wie das normale Netzteil von dem iPhone 5 zum Beispiel. Auf USB, normale Steckdose. Dann ist hier nochmal so ein kleiner Schutz drum. Den mache ich jetzt aber noch nicht weg. Dann haben wir hier ein kleines Booklet mit drin. Wieder designt bei Apple in California. Da sind noch die Informationen zu der Garantie. in Getting Started Guide und die Apple-Sticker mit drin. Dann haben wir jetzt noch das Lightning auf USB-Kabel, um das iPad aufzuladen. Sieht so aus. Und dann kommen wir jetzt noch zum iPad selbst. Hier ist ebenfalls nochmal so eine Schutzfolie dran. Die kann man hier hinten aufmachen. Ziemlich laut. Und so sieht das Ganze dann aus. Ich habe hier die silberne Variante, wie ich gerade eben schon erwähnt. Hinten sieht es auf jeden Fall schon mal sehr schön aus. Hier haben wir die Kamera, Mikrofon. Unten die zwei Lautsprecher. Und den Lightning-Port. Und ganz gewöhnt noch das gleiche 9,7 Zoll Display. Aber das Ganze ist natürlich deutlich leichter geworden. Das war es eigentlich schon zu dem Unboxing. Falls ihr jetzt keine weiteren Videos mehr von uns verpassen wollt, könnt ihr ganz einfach mal den Kanal abonnieren. Es werden noch weitere Videos zum iPad Air folgen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao! Bis zum nächsten Mal.